Hallo ihr Lieben, schön euch zu sehen hier bei uns in der Schule am Sehnefelder Platz. Ich hoffe euch geht es allen gut und ihr seid gesund. Wir vermissen euch ganz furchtbar und um das ein bisschen zu kompensieren, haben wir uns überlegt, wir starten jetzt unseren eigenen YouTube-Channel. Ist für uns relativ neu, also Vorsicht bitte, falls ihr Fehler machen, wir üben noch. So, ihr werdet also hoffentlich in den nächsten Wochen verschiedene Videos sehen von den Kollegen, die ihr auch kennt, die Erzieher und Erzieherinnen, die ihr aus der Schule kennt, werden versuchen ein paar Videos für euch zu machen, die ihr euch in regelmäßigen Abständen einfach mal angucken könnt. Wir wissen noch nicht was, aber wir werden schon was Lustiges finden. Da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich, wenn ihr einschaltet in den nächsten Wochen ab und zu mal guckt, ob es was Neues gibt und besonders freue ich mich, wenn ihr wieder alle hier seid. Liebe Grüße!